Sag ich doch. Ach, das war die Geschichte. Stimmt. Achso, warte mal. Vielleicht kann ich aber hier noch was... Man kennt es ja, ne? Manchmal hat man ja zwei Sachen, die man da sich angucken kann. Oder auch nicht. Nicht immer zumindest. Weil hier fehlt mir auch noch irgendwie ein Teilhinweis. Ja, ist auch egal. Mehr kann ich nicht tragen. Uff, komm. Nun gut. Auf allem scheint der Brutus ja auch gar nicht so... ...lädiert zu sein, wie es eigentlich den Schein... ...anschein gehabt hatte. Weil er war ja auf einmal relativ flott unterwegs, ne? So, dankeschön. Da war nur der Blutfleck, der andere Blutfleck. Und die Putzer-Kolonne. So, bin fertig. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zum... ...Graham. Berichten ihn über unsere Taten. Dass er sich jetzt um seinen Vater keine Sorgen mehr machen muss. Ist auch erstmal eine schöne Mitteilung. Gut, die Art und Weise, wie... ...er sich jetzt keine Sorgen mehr um ihn machen muss. Gut, das kann man vielleicht nochmal diskutieren. So. Äh... Da oben. Man, diese gelben Bluten stören mich. Ich will alle Hinweise haben. Aber es wird auch immer schwieriger, die zu finden, echt. Wir sind ja gerade wieder, das ganze Gebäude da abgedackelt. Was sagt denn der Tag? Oh, eine Stunde. Ey, der geht hier immer so schnell rum, die Zeit, ne? Das ist... Das ist echt unfassbar. Ja, weil ich glaube, hier in der Gegend gab es, glaube ich, auch noch irgendwas, wo ich nochmal hin könnte. Äh... Für unseren Nebenauftrag. Warte mal. Ach, ne, da. Entschuldigung. Ich bin mir mal gespannt, ob der jetzt direkt mit einem wahnsinnigen Lachen um die Ecke kommt. Der Graham. Oder wirklich sagt, ja, okay, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, etwas Neues aufzubauen. Gut, was hinterher daraus wird, ne? Das... Weiß jetzt noch keiner, klar. Oder der sagt... Endlich kann die Sekte wachsen. Dann will ich ihm direkt auch eine Kugel in den Kopf jagen. Aber so schätze ich ihn nicht ein. Das ist das, was ich von ihm kennengelernt habe. Weil die Truppe, den er hat, das sind ja auch Assis, ne? Mehr oder weniger. Na ihr? Achso. Vielleicht kann ich ihm jetzt auch sagen. Hör mal, du bist jetzt die Richtige. Nee, das ist ja auch nicht für mich. Okay. Ihr Vater ist tot, Mr. Carpenter. Sie sind jetzt das Familienoberhaupt. Freuen kann ich mich darüber nicht. Aber ich schulde Ihnen natürlich meinen Dank. Es war die richtige Entscheidung. Und eine gute Tat. Auch wenn es nicht so scheint. Zweimal musste ich den Befehl geben, meinen eigenen Vater zu ermorden. Und sie habe ich auch in die Sache mit hineingezogen. Sie sind frei von Schuld. Ich nehme das alles auf mich. Schon gut, Mr. Carpenter. Und, werden Sie mir jetzt helfen? Selbstverständlich. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nochmals, danke. Auf Wiedersehen. Äh, aber der weiß schon noch gar nicht, was ich von ihm möchte. Oder habe ich ihm das mal mitgeteilt? Stimmt etwas nicht? Also, vielleicht vertue ich mich auch gerade nicht. Ich habe das einfach vergessen. Aber ich kann mich jetzt zumindest erst mal nicht dran erinnern. Ach, das war die Geschichte, genau. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Ich wollte nochmal kurz gucken. Wann war das? Erster Weltkrieg oder was? Auf jeden Fall noch nicht viele Jahre her. Ähm, dass ich ihm mal erzählt habe, was ich überhaupt vorhabe. Und weswegen ich überhaupt mit dem Schmugglerring überhaupt Kontakt hatte. Keine Ahnung. Ah gut, wenn er Bescheid weiß. Gut, dann müssten wir eigentlich... Gucken wir gerade nochmal auf die... Auf Le Map. Wir können eigentlich mal die ganzen Scheiß hier wegmachen. Brauchen wir alles nicht mehr. So, das kann mich... Das kann mich... Die ganzen blauen Sachen brauchen wir nicht mehr. Das versteckt der Schmuggler und... Und... Erlöserkirche, genau. Da war das Krematorium. Gut. Ähm... Schauen wir hier nochmal kurz rein. Ah, okay. Flucht aus Augmann. Ich habe alles Nötige für Freds Flucht aus der Stadt veranlasst. Jetzt wird es Zeit, dass sie mir meine Fragen beantwortet. Letztes Mal haben wir uns im Untergeschoss des Fischmarkts getroffen. Und jetzt ist Fred tot. Natürlich wird es so sein. Aber bevor wir das herausfinden... Sollen wir mal dem Krankenhaus meinem Besuch abstatten. Ich glaube, das machen wir. Einmal zum Krankenhaus und dann sind wir eh beim Fischmarkt. Da haben wir nämlich schon mal drei von den vier Orten... Ich glaube, das waren vier Orte in Summe, ne? Äh... Abgedackelt. Oh, war das fünf? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir doch mal. Eins, zwei... Drei, vier... Ach, es sind jetzt noch vier Stück, okay. Ja, ist ja egal. Sollte aber das Krankenhaus, genau. Sollte auch nicht allzu lange dauern, bis wir da sind. Oh, was kann ich gleich noch machen? Ich muss... Ich wollte gleich eigentlich schon mal so ein bisschen die, äh... meinen Blabla-Videos fürs Jahresende schon mal vorbereiten. Ein paar Gedanken machen, was mich da so geprägt hat und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos das werden. Ich schätze mal so in Summe vier Stück. Vermutlich. So ein bisschen aufgeteilt auf meine einzelnen... Ja, ich nenn's mal Generationen. Boah, da hab ich schon Bock drauf. Also ich hab da auch einfach Bock drauf, mir darüber Gedanken zu machen, wie es denn alles damals noch mal war. Da werden bestimmt lange Videos. Aber gut, hey. So ist es. Die Frage ist nur, wie twiggere ich die Sachen hier, ne? Weil bei dem... Einen hab ich einen Zettel gefunden. Vielleicht muss ich jetzt mit dir quatschen. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. Uhuhu. Bei irgendwo war dann immer diese... diese Retroskopie, die war dann auf einmal... aktiviert worden. Ja, vielleicht muss ich auch irgendwas finden. Nee, mach ich bestimmt nicht. Du möchtest nicht mit mir reden? Ja, sonst hab ich mal einen Zettel gefunden. Wie wahrscheinlich... Okay, hier find ich auch Schusswaren. Ist in Ordnung. Ich hab jetzt eher so mit... mit Alkohol und sowas gerechnet. Mit Medizin. Aber hey. Wie auch immer. Nee, keine Ahnung, ey. Pupupo. Pipapo. Oh, ein bisschen Schießpulver, nee. Warum nicht? Frießt ja kein Brot. Ich glaub, die eine Sache... beziehungsweise alle... Quests hab ich getriggert, indem ich irgendeinen Zettel gefunden hab. Irgendwo dran gebapscht war. An dem Schild der Kirche. Das heißt, vielleicht ist hier auch irgendwo... irgendwie irgendwas... Da. St. Mary's Krankenhaus. Erbaut im Jahre 1862. Nach einem Entwurf von B. A. Kaplan. Jedes Menschenleben zählt. Ah. Okay. Ach du Scheiße. Ich helfe so gut ich kann, aber wir haben hier einfach keinen Platz mehr. Wir sind völlig überlastet. Das ist Dr. Grant? Hier ist Dr. Grant, oder? Hier entlernen. Bleiben Sie am Feuer, während ich versuche, Medizin aufzutreiben. Weitere Opfer. Und wenn die Flut nicht zurückgeht, werden es noch mehr... Dann schauen wir uns das mal an. Der unterbricht die immer. Okay, weitere Opfer. Ja, das ist die Reihenfolge, würde ich sagen. Die Flut kam. Viele Opfer. Und wenn die Flut nicht zurückgeht, werden es noch mehr... Hier entlernen. Bleiben Sie am Feuer, während ich versuche, Medizin aufzutreiben. Oder aber... Klar. Die Flut kam. Viele Opfer. Krankenhaus überfüllt. Ich helfe so gut ich kann, aber wir haben hier einfach keinen Platz mehr. Okay. Wir sind völlig überlastet. Und zu guter Letzt, die die halt nicht ins Krankenhaus geschafft haben, haben sich zusammengerottet und versuchen, Vorräte zu bekommen. Hier entlernen. Bleiben Sie am Feuer, während ich versuche, Medizin aufzutreiben. Die Flut kam unerwartet und traf die Stadt mit voller Wucht. Die Belegschaft des Krankenhauses versuchte zu helfen, aber bereits nach kurzer Zeit mangelte es an Platz und Medizin. Ist ja klar. Die Rethoskopie, die greift echt meinen Verstand an. Wir können mal schauen. Wir haben ja auch einen Wissenspunkt. Wissenspunkt. So, weil vielleicht könnten wir mal einfach mal unseren Verstand ein bisschen stärken, ne? Deutlich länger bei Verstand. Ja, 50 Prozent ist nicht deutlich, finde ich, ne? Aber okay. Weil das kann schon ganz gut nerven, ne? Achso, genau. Hier mit diesem, ähm, Waldgeist-Gedönskirchen, ne? Das sei ja für mich auch schon so, die haben ja schon tausend mal in der Stadt getroffen, die Leuts. So. Machen wir das hier heute noch. Ja, Stunde drei sind wir jetzt voll. Gut, wo wir uns den Fischmarkt nochmal an, ähm, werden auch nochmal hier den, den, den Ursprung, oder beziehungsweise die Geschichte um den Fischmarkt herum nochmal versuchen herauszufinden. Das finde ich echt mega interessant. Ich wäre so richtig geil, dass sie sich da so Gedanken gemacht haben. Also, dass sie wirklich eine Welt aufgebaut haben, die jetzt nicht nur das beinhaltet, was man sieht und was man durchlebt, sondern halt auch wirklich nochmal ein bisschen Hintergrund mit reingeballert haben. Was hast du da drin? Ach, das ist, das ist nur Gerümpel. Der Fischmarkt, den sie hier sehen, wurde von der großzügigen Familie Blackwood gefördert und von der ehrenwerten Familie Marsh aus Innsmouth betrieben. Ah, okay. Also, Blackwood habe ich doch keinen Kontakt bisher gehabt, ne? Familie Marsh aus Innsmouth, Innsmouth, klar kennen wir. Als gute Christen geben wir den Flüchtlingen aus Innsmouth eine Chance, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar hier auf dem Fischmarkt. Packt eure Sachen und geht. Das waren aber Innsmouth, die da gerade standen, ne? Was soll das? Sie können uns nicht einfach rumbringen. Das ist unser Markt. Okay. Die Blackwoods werden die Innsmouther weiterhin unterstützen. Und wir gehen davon aus, dass die Familie Marsh ebenfalls wahrhalten wird. Dann schauen wir uns das mal an. Hören Sie auf! Äh, ich frage mich jetzt gerade nur, was das erste hier war. Was hat die hier erzählt? Als gute Christen geben wir den Flüchtlingen aus Innsmouth eine Chance, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar hier auf dem Fischmarkt. Packt eure Sachen und geht. Also, letzter Satz, packt eure Sachen und geht. Das verstehe ich jetzt nicht, ne? Äh, obwohl der eigentlich sagt, hör mal, wir sind gute Christen, wollen euch die Chance geben, dass ihr hier arbeiten könnt, aber verpisst euch. Ganz, ganz merkwürdig, ne? Oder sind das jetzt hier irgendwie Korrupte, weil die sind schon... Ey, die sieht aus wie Mafiosi sehen die aus, ne? Naja, okay. Und dann haben sie die aktuellen Mitarbeiter umgebracht und den Fischmarkt übernommen. Was soll das? Sie können uns nicht einfach rumbringen. Das ist unser Markt. Die Blackwoods werden die Innsmouther weiterhin unterstützen. Und wir gehen davon aus, dass die Familie Marsh ebenfalls wartehalten wird. Dank der Hilfe der Familie Blackwood, die eine Abmachung mit der Familie Marsh getroffen hatte, konnten die Innsmouther den Fischmarkt übernehmen. Sag ich doch. Oh, ich werde beobachtet. Okay. Halb so wild. Na? Ein besseres Haus zu diesem Preis werden sie nicht kriegen. Ja, konnte man hier sicher ganz gut leben. Trotzdem guckst du dir dein Haus an. Idiot. Äh. Ist die N jetzt nicht mehr hier? Okay. Och, du Heiliger, wie kam ich denn da nochmal hin, wo ich jetzt hin wollte? Ach, hier, guck mal. Da. Ich glaube, der Fred ist noch da. Und zwar lebendig. Sollte ich vielleicht dazu sagen. Ja, da ist er ja. Hey. Ich habe mich um ihr Anliegen gekümmert, Fred. Die Carpenters werden sich bald bei Ihnen melden. Also, haben Sie etwas für mich? Ah, perfekt. Also gut, hören Sie. Ich habe mein Treffen mit einem hochrangigen Mitglied des EOD gebeten. Sein Name ist Evernote Blackwood. Blackwood. Mit diesem Herrn hatte ich noch nicht das Vergnügen. Gibt es etwas, das ich über ihn wissen sollte? Evernote predigt am Fischmarkt und ist ein hochrangiger Priester im Orden. Ein sehr gescheiter Mensch. Aber gefährlich, wenn man ihm in die Quere kommt. Also kommen Sie ihm besser nicht in die Quere. Soweit können Sie mir folgen? Sicher. Reden Sie weiter. In der Regel weiß Evernote alles, was im Orden vor sich geht. Falls also Ihre Professorin vom Orden festgehalten wird, wird es ihm nicht entgangen sein. Ich gebe Ihnen die Adresse des Treffpunkts. Er erwartet mich dort. Nicht Sie, also seien Sie auf der Hut. Gut. Danke, Fred. Passen Sie auf sich auf. Danke. Das werde ich. Puh. Okay. Gehen Sie. Na los. War es immer so nett zu mir? Alter Vater. Okay. Jetzt wird es langsam richtig kompliziert. Also ich finde es geil. Auf jeden Fall. Aber trotzdem wird es langsam echt kompliziert. Okay. Wir gehen mal ins Freie. haben jetzt auf jeden Fall nochmal einen neuen Hauptfall, äh, den nächsten Hauptfall abgeschlossen. Sehr cooler Fall, wie ich sagen muss. Haben wir auf jeden Fall deutlich besser gefallen als die ersten beiden. Nicht, dass die scheiße waren, aber waren halt einfach ziemlich geil. Gut. Ja, das will ich jetzt hier einfach nur, ne, damit wir keine Ausrufezeichen mehr rum chillen haben. Okay, was haben wir denn hier? Ein Foto, das Ebernoti Blackwood zeigt. Okay. Ach, klar, das war doch der, ja, 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 der war doch auch schon hier am Fischmarkt und hat gepredigt. Klar. Mein Fehler. Natürlich kenne ich den. Fred konnte ein Treffen zwischen mir und Ebernoti Blackwood in die Wege leiten. Wenn ich ihn treffe, muss ich allerdings daran denken, dass er eigentlich Fred erwartet. Der Treffpunkt ist ein überflutetes Bürogebäude in der Sam Wheat Street zwischen der Innsmouth Road und der Oak Street im Zentrum des Bezirks Wheat Haze. Gut. Okay. Ähm. Sam Wheat Street in Smouth... Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Da, Innsmouth Road und Oak Street. Wo ist denn die Oak Street? Äh... Da. Da. Ja, wird hier irgendwo so Pi mal Auge sein wahrscheinlich, ne? Okay. Gut. Ähm. Puh. Lassen wir doch einfach mal alles... Also jetzt mal die gesamte Situation hier in Revue passieren lassen. Blabliblubblab. Also, was haben wir denn jetzt? Wir haben auf jeden Fall den Throckmorden zuerst, für den wir eigentlich arbeiten. Dennoch irgendwie, wenn man sich das alles mal betrachtet, gerade die Familien, die hier Macht haben, irgendwo am Normalsten zu sein scheinen, ne? Weil er mehr oder weniger einfach seinen Stiefel durchdrückt. Mehr mit Macht, aber eher auf geschäftlicher Basis. Weniger durch, äh, ich sag mal, extremistische Beweggründe. Scheint jetzt aber auch nicht sinnlos oder wahllos irgendwelche Leute umzubringen. Scheint ein Familienmensch zu sein, möchte einfach schlicht in der greifenden Gerechtigkeit für den Tod seines Sohnes haben. Habe ich soweit verstanden. Was auch weiter dahinter steckt, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, dann haben wir natürlich darüber, der EOD kennengelernt, was eine Organisation ist, die offensichtlich von den Blackwoods betrieben wird. Ähm, die für die Inns Mautha zu arbeiten scheinen. Ähm, was wiederum ein absoluter Gegner von den, ähm, von den Throckmords ist. Und der EOD scheint ja auch eine sektenähnliche Geschichte zu sein, ne, wer weiß, ob die irgendwas mit der Eulöserkirche zu tun haben. Und auch mit der Verjüngungskur, äh, mit dem, oder vom, vom Brutus Carpenter. Die, die sich wiederum dann an den, äh, jetzt hab ich schon den Namen vergessen, ich bin total verwirrt, seht ihr beide, an den Sohn von Brutus auf jeden Fall rangemacht haben, Graham, genau, um ihn kontrollieren zu können, damit sie, oder damit er nach, nach ihrer Pfeife tanzt, damit sie eigentlich nur noch im Anschluss, wenn das dann auch der Blackwood letztendlich ist, den Throckmorden ausschalten müssten. So hingegen sind die, äh, die, die, die Kartentass, eigentlich jetzt so, ich sag mal, im Bereich Schmuggler, ne, und werden jetzt auch weicher, was vielleicht natürlich mehr Angriffsfläche bietet. Der IUD unter Führung der Blackwoods könnte weiter wachsen, wenn die Sekte und IUD natürlich das gleiche sind, das weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Und die Throckmordons mehr oder weniger so ein bisschen autark davon leben, weil von denen hört man ansonsten auch wirklich nicht viel, ne. Die scheinen zwar irgendwie miteinander verbandelt zu sein, vor allem auch die Throckmordons und die Carpentas scheinen sich ja auch mal irgendwie gern gehabt zu haben, deswegen gab's Foto, ne, mit dem Kuss zwischen Brutus und dem Affen. Scheint jetzt aber alles vielleicht auch, äh, nach der Flut oder durch die Flut ein sehr angespanntes Verhältnis zu sein. So dass jetzt jeder irgendwo so um seine, seine Machtposition kämpft, mit Ausnahme der Throckmordons, muss ich sagen. Super kompliziert, super komplex, finde ich das. Aber geil, ist geil. Heute die Aufnahme sowieso fand ich super, äh, was jetzt inhaltlich alles passiert ist. Und ich bin jetzt richtig mega, mega, mega gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich schon aufs Wochenende, weil dann nehme ich weiter auf. Wie gesagt, heute ist der 4. 12. 2 Tage, oder einen Tag werde ich pausieren, dann werde ich das schön rendern und übermorgen geht's dann weiter. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr jetzt ähnlich viel Spaß habt, dass ihr es ähnlich spannend findet, wie es weitergeht. Ich finde es richtig geil gerade. Ähm, mich interessiert auch total, wie es dann in das Okkulte weitergeführt wird, ne, wie es dann sich dann auf die Stadt auswirken wird. Und ja, nächsten Fall haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal, äh, in unserer Fallmappe. Weil, ähm, erstmal werde ich hier nach Advent gehen, in die Bibliothek. Und wenn wir dann schon mal in Retail sind, auch einen kleinen Abstand zur Bibliothek, weil Richtung Nord müssen wir eh nochmal hintingeln. Vielleicht finden wir dann nochmal einen, äh, einen Schnellreisepunkt vielleicht sogar, weil hier oben haben wir noch nichts. Und hier waren wir eh noch nicht viel unterwegs. Von daher, passt das. Jo, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Spiel, äh, beziehungsweise die Aufnahme und das Spiel sowieso, bisschen gefallen haben. Äh, wie gesagt, ich finde es mega cool. Wir können auch hier sogar einen Punkt einsetzen. Machen wir, machen wir hier absoluten Verstand. Zack, beispiellose Geisteskraft. Wie sich das gehört. Und ja, dann sehen wir uns ja vielleicht bei der nächsten Aufnahme wieder. Ne, wenn wir dann den nächsten Fall angehen, nämlich Tauchgang, heißt das, ne, genau, Tauchgang. Jo, also, ne, dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne. Tschö, tschö.